Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Das war's für heute. So sieht's aus, Pisser. Kreppier, du Sau. Söder. Ja, schön, da kann ich nicht hinschießen, weil er im Weg ist. Irgendwer drückt ihn hier wieder, ey. Ja, wo kommt der? Den haben wir. Da ist doch nur einer. Es geht ab, ob die Seite oder was. So, wir sollen wieder wechseln zu Franklin. Snipers, okay. Na, schieß ihn ab. Ja, wo ist denn der Sniper? Ach, richtig, das ist für eine Chance, Alter. Leute. Nee. Was soll man denn da machen? Das sind zu viele. Hey, 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 geh in Deckung, Junge. So, einer weniger wieder. So, wieder zu Franklin. Sniper müssen weg, Leute. So, I guess we shooting our way out of here. Ich hab keine Ahnung, oder? Ich hab keine Ahnung, oder? Alter, da oben. Na, endlich. So, wo ist der andere Pister? Da. So, Michael. Na, endlich. Jetzt sieht's besser aus. Oh, Gott sei Dank, Leute. Noch nicht geschafft, aber fast. Einer noch. Irgendwo da. Irgendwo da. Irgendwo hier ist mal einer. So, Tod ist er. Ach, na, endlich. Schwierig, Leute. Hier schaut's aus. Hier schaut's aus. Die Autos haben keinen Kratzer abgekriegt. Ich wusste doch, das war nicht einfach genug. Okay. So. Wow, wir suchen uns. Fünf Sterne! Wow! Das erste Mal fünf Sterne. Wo fahren wir jetzt hin? Ich fahr denen mal nach, sag. Oh, shit. Das ist natürlich scheiße jetzt zum Fahren. Wo soll man hinfahren? Ach, verfluchten Bullen. Ja, so geht's aber leicht, hä? Die Fähigkeit ist nicht mehr so blöd. Kommt man richtig schön rüber hier. Ja, so kommt man um die Kurve. Ja, so kommt man um die Kurve. Ah! Ach, komm. Das ist doch scheiße zum Lenken. Ist doch nicht so nippt? Wow! Ey, wieso funktionieren die Spezialfähigkeiten nicht? No! Das ist doch scheiße zum Lenken. Es ist doch klar, dass ihr voll dagegen klatscht. Zum Scheiß. Wow, aber Geld haben wir ohne Ende. My Cara ist total hin. Ja, super. Danke, dass die Spezialfähigkeit nicht funktioniert. Ach ja. Wir sollen eher hier fahren. Natürlich scheiße, dass das nicht funktioniert. Wir sollen da runter, glaube ich. Yo. Ach. Ja, komm, dreh dich um, blöde Karre. Mit der Karre-Fahne, das ist natürlich jetzt scheiße. Die ist total kaputt. Wir müssen zum Unterschlupf oder so. Oder keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich fahr da jetzt einfach entlang. So, da kommen wir jetzt schön durch. Das haut hin. Ah, kompliziert. Schwierig, schwierig. Scheiß Heli. Mein Auto ist eh schon total kaputt. So, jetzt. Da sollen wir rein. Geil. So läuft es. Aber ich komm nicht ran, weil ich nicht schnell genug fahren kann. Ich glaub's nicht. So könnte es gehen. Oh, geht rein. Oh, geht rein. Oh, geht rein. Ja, fahrt, Mann. Seid ihr Lama-Arschig, ey. Ist doch scheiße, Leute. Wenn die Karre hin ist, kommst du in diesen Kack-Trag nicht mehr rein. Das ist absolut scheiße. Ja, Junge, du bist im Weg. Oh, Truck! Fuck! Oh, die Bullen, die nerven aber auch, warum? Was schießen die auf mich, die Arschlöcher? Oh, wir müssen da rüber. Hoffentlich ist mein Reifen jetzt nicht wieder hin, weil das ist Nervtöten. Oh, ich stehe. Scheiße, das war dann doch nicht so gut. Oh, geweckt, Arsch! Nicht so leicht, nicht so leicht, dein To-Gear-Da. Nicht so leicht. So, runter da. Der Erste fliegt schon. Das ist aber ein Streifenwagen, das ist wurscht. Wow, den hat's zerlegt. Das war so ein Petroleum-Trag. Benzin, also ein Tanklaster. Hopp, schon vorbei da. Können mich mal... Nein! Du dreckige Bullensau! Scheiß Bulle! Rappieren sollst. Mann, dieser miese Bulle. Stopp mich da, der Arsch. Aber ich Bullen haste. So, jetzt muss doch das langsam mal kommen, da. So, rein in den Laster, da. Oh, endlich. So, jetzt muss man da irgendwie rein. Na komm, komm! Wieso fährt er denn nicht rein? Ich krieg keine Geschwindigkeit, Zahn. Na, endlich. Der hat da jetzt so abgebremst, Leute. Was noch, warum? Ich hab nicht gebremst. Ich glaub, die Bullen sind jetzt richtig pisst. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss! Tschüss!